ich weiß das nicht ich denke ja bravo kannst du räuchern das tor von denen das ist unser tor hast du nicht den granatwerfer ich habe ich ja ja dann kommst du so rein komm ich nicht ja ich bist doch schon aua was war das denn Halleluja! Ich habe Füße gesehen! Nein! Wieder da! Er ist fast abgeschossen! WB! Ja, WC! Kann mich jemand aufheben? Ach ne, bleib im Deckung, du bist der letzte da vorne! Aber meine Oma sagt immer, was auf dem Boden liegt, so einfach nicht aufheben! Jemand Deckung? Bleib beim Leben! Jawoll! Spawn bei dir! Oh Gott! Die sind ja überall! Hier sind zwei! Die sind alle schon tot! Die sind überall! Da müssen wir wieder neu rein! Ordentlich aufräumen da drin! Die Halle ist so dreckig! Dann räum mal auf! Alleine? Das muss ich doch nicht alleine machen! Bitte hier draußen sitzen und warten! Unser Panzer könnte nochmal reinfahren! Ach! Ach du Scheiße! Da ist eine Kugel! Von allen Seiten ist es abgeschossen! Wir sollten zusammenbleiben! Wir sollten uns... zusammentun, ja! Granat wird auf meine Leiche! Hier sind mindestens zwei Leute! Hilf mir verdammt nochmal! Ich spawn bei dir! Der geht ja nicht! Das geht alles! Das ist das Vorstellungskraft! Der Super Crysis ist gut! Danke mir! Obwohl er ist im Kampf! Links! Er ist im Kampf! Oh! Scheint jetzt schwieriger zu sein! Ja, schwieriger! Ja, 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 nein! Genau! Versuch halt nicht! Sehr schlimmer als bei Tappeluga TV! Warum? Ja! Passiert was? Ach ja! Ach ja! Das ist voll nur so gelacht! Das ist irgendwie... Ne, sind wir nicht! Das kommt mir so vor, als wären wir sehr viel weniger Leute! Ja, äh... Jo! Besser kann man nicht da drüberschießen! Was? Ist ja einer! Wie soll der denn nicht getroffen? Was soll der denn nicht getroffen? Was soll der denn nicht getroffen? Ich hab zwischen meinen Beinen durchgeschossen, oder? Das sehen wir! Ha! Sah witzig aus! Witzig aus! dass wir in der zone sind ja ja wichtig dass wir in der zone sind und der panzer in der welt geschichte herum fährt und sich abschießen hat das prinzip verstärken sind wir mal räuchern ich mach uns um die tür rein was macht ihr da hat mich gefistet mich hat er auch noch erwischt ich bin sauber jetzt sind zwei leute bei mir im haus kannst sterben wir müssen verteidigen sehr gut sagen wir bleiben bei dem hau muss aufbauen das schwierige die überrennung ist ganz schön konnte die kugel den bitte jetzt über ihn rüber fliegen was ist das von der hitbox dankeschön die können sich in unserem gebiet frei bewegen freier als wir selber unglaublich irgendwas hat sich doch in den teams gerade geändert das ist doch eben viel besser ich komme ich bin schon überall in der hecke wenn man die halle reinrennt ist schon abgesehen von drei seiten das ist doch ich bin schon mal bei mir ich bin schon mal bei mir ja artillerie angefordert die schießt uns jetzt ab oder wie ja die schießt uns ja das ist feindlich die artillerie hat mich erwischt jetzt könnte ich eine spritze keiner hier mit einer spritze dann haben sie jetzt gleich war ich wollte vor als würde er selber wieder leicht lecken hat er schon wieder liegen bleiben bitte ja das bringt nichts hinverloren da ist meine verbindung wieder so gut dass er selber für mich ein bisschen zu lang vielleicht besser trop super hey wir hatten auch über 20.000 punkte oder nicht wir hatten ja nicht könnte ich meine artillerie holen